Jetzt willkommen zurück zu World of Warcraft Legio. Der Flasmo ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo meine Damen und Herren. So, wir haben gestern den Alarmhof fertig, das heißt wir müssten in Vulturea einmal komplett mit den... Jawohl, mit der Geschichtskiste sind wir da fertig, das heißt wir sind hier freundlich. Jetzt geht's im Hochberg weiter, damit wir freundlich werden und endlich bald die Weltquestnale anfangen können und... ...Eggier kriegen. Ich bin immer noch dabei, auf Screen meinen Charakter nochmal wieder umzubauen. Bei mir seht ihr schon mal eine Neuerung, das ist das Interface. Ich hab mir jetzt mal ein neues Interface zusammengebastelt. Der Flasmo wird's gegebenenfalls in den nächsten Tagen in seinen Folgen oder in seinem Single-Projekt auch dann haben, soweit ich das weiß. Und ich glaube wir sind gerade hier falsch gelaufen. Das geht natürlich gar nicht, aber hey. Ich muss sagen, äh, ich bin sehr gespannt auf Hochberg, weil viele Leute sagen, äh, 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 ist nicht gut, wir können auch reiten. Ja, ich falle ich... ...und, äh, und Biwabo. Müssen wir hier hoch? Ja. Ah! So. Äh, soll scheiße sein und hier und da. Ich bin mal ehrlich gespannt, wie es aussieht. Ich weiß es noch nicht. Oh, was hier am Ali rumläuft, Alter. Unnormal. Erstmal kurz was drücken. So. Ja, wäre viel Ruf. Oh, Quest angenommen, sowieso. Ich muss aber erstmal kurz, wenn wir mal den ganzen anderen Questen ausblenden. Das kann ich mal hermachen. Ausblenden. 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 Du, 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 du. Was ausblenden. Auch in der Folge muss ich muss belegen, wie das war. Und, ah, ist klar. Nein. Alter. Ausblenden. So, dann können wir gegebenenfalls wieder oben. Meine Meinung nach. Vorsicht, waschen wir mal. Kommt runter. Ab die Post nach oben. Jetzt. Nicht? Oder? Doch. Äh, nicht. Badass. 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 Dö, dö, dö. Ich denke mal auch, dass da gegebenenfalls der Flaschmo bald auch in der Yldis drin sein wird, wo wir drin sind oder wo ich drin bin. Ende gut, alles tot. Genau. Dann können wir bald mal wieder weiterarbeiten. Das ist das falsche Weg. Das ist das. Das ist das. Oh. Oh. Ich werde aber noch runtergefallen, Alter. Guck dir. Ähm. Müssen wir da runter? Nee. Da unten ist eine kleine Schatztruhe. Das sehe ich. Ich habe auch noch keine Handynutzer. Weißt du was? Ich versuche es einfach. Geronimo! Oh oh. Äh. Hätte fast geklappt. Hätte, hätte, Fahrradkette, guck mal, und hier nebenan ist gleich eine Brücke. Hättest du die genommen, wärst du von dem Flieger runtergekommen. Aber, man kann ja wieder mal nicht warten. Also der Herr von der Allianz, der Jakust, hat es geschafft. Wir sind im Übrigen falsch gefahren. Wir müssen die andere, wir hätten doch die andere Brücke nehmen müssen. Sicher? Guck auf der Map. Du weißt, äh, ja. Hey, hier gehen wir doch von irgendwo runter. Oder nicht? Der Ghost, lass mich. Ich bin ein Geist. Hier geht nicht von irgendwo ne Brücke runter? Ach, da unten? Dann muss ich wieder nach unten. Naja, mal gucken wir hin. Da soll es noch an der Gilde sein. Dann können wir ein bisschen Gildenruf sammeln. Und sollten wir uns dann doch nochmal wieder irgendwie, äh, Entschuldigung, anlachen. Weil ich möchte gerne, ähm, vom Dämonenjäger wahrscheinlich weg. Der macht mir momentan, oder ehrlich gesagt, es tut kaum Spaß, dass ich mir dann überlege, ob ich mir dann nochmal einen Tank anlache. Und vielleicht will der Flasmo ja auch noch was anderes ausprobieren. Man weiß es nicht, lass dich da überraschen. Aber wenn er denn auch in der Gilde ist, dann kriegt er nochmal ein bisschen Ruf. Und dann können wir die Erbstücke dann mal ordentlich zusammen sammeln, was wir alles brauchen. Können wir tun dann. Ein bisschen Jolt haben wir auch. Ich wurde von irgendwas gerade ange... Und gestorben dabei, wie wir gesehen haben. Und gestorben dabei, wie wir gesehen haben. Ja, also wenn du über diese Brücke fährst, weiß ich nicht, ob man da direkt dahin kommt, wo wir hinwollen. Meiner Meinung nach nicht. Ansonst versuchst du einfach runterzuspringen. Ich schieb dich halt wieder auf. Musst mir nur sagen, wo du runterspringst. Das geht auch irgendwie bei der Quest dann. Weil hier ist die Quest, wo ich hinpingle. Und hier... Das ist das für mich die Karte. Ja, da... Da wollte... Ne, die wollte ich zwar nicht, aber... Musst du... Bist du mit dem Fahrstuhl runtergefahren? Ich bin da runtergesprungen. Ich muss... Indrin muss ich nichts mehr machen. Musst du noch was Indrin machen? Nö. Ja, ich bin mit dem Fahrstuhl hoch und einmal runtergefahren. Dann waren wir oben und dann bin ich halt runtergesprungen. Und das hat nicht so ganz geklappt bei mir. Hm. Also springst du jetzt auch von da oben runter? Autsch. Für Geronimo. Klatsch. Aber du hast doch nicht überlebt. Geist freilassen? Nein. Wie nein? Achso, du holst mich wieder. Ja. Na, du bist da... ...an einem Ende der Welt. Da liest du nicht? Ey, da könnte ich angeln. Okay, möchte ich jetzt aber gar nicht. ...und nicht in der Welt. Da. Was ist auch noch nicht. Ha. Komm mal her. Auch nicht. Ganz 30. Na, fisch. Na, fisch. Na, fisch. Na, fisch. Na, fisch. Fisch, die Blätten. Wie geht das? Hauptsache kalt Wasser, Goldschuppe. Oh, geil, ne? Ja. Ganz weiß ich. Wenn wir sehen. Ich würde dir gerne helfen, aber... Ja, du bist tot. Lass mal. Der fisch ist ja auch schon tot. Dann heb ich dich mal auf. Kannst dich mal vom Fußball auf, ne? Hm. Wie ist denn eigentlich so Dreck von unten zu fressen? Scheiße. So. Dann müssen wir jetzt... Mach's dann reißig auf, ne? So, und dann müssen wir jetzt hier geradeaus weiter, hier geradeaus weiter, über diesen kleinen Wasserfall, Bach, rüber. Ja. Das sieht schon mehr nach dem aus. Ja, nun. Das ist eine Truhe, die zweite, die ich ohne irgendwas gefunden habe, ohne Änderung. So, und dann hier unten. So, und dann müssen wir jetzt... Ach du ahnst es nicht. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Pfefferspray. Was Pfefferspray? Pfefferspray. Ah ne okay wir müssen noch ein bisschen weiter runter. Und wir müssen die Maden hier töten ne? Ne 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 wir müssen erstmal weiter runter. Doch. Du musst die Maden töten. Was bringen die? Ja okay das muss man auch noch machen. Weg schonmal hier. Gab's doch mal ne zweite Quest bei der? Ja. Befall heißt sie. Öh. Moment. Moment mal. Aha. Die daneben. Die alte. Okay. Und ja zwei Christi bei ihr ne? Ja. Das ist zu weit entfernt. Ja. Giftgötzen zerstört Ich brauch noch eine Made Komm her du Made Ich brauch nur ein paar mehr Maden Also wäre So die Maden hab ich fertig Jetzt muss ich hier noch Zählen die bei dir? Ja ich brauch trotzdem noch sieben Sieben? Sechs Übergroße Larve getötet Da bin ich grad bei Achso jetzt sind diese Ist klar Aber ist ne schöne große Larve Das sieht mehr aus wie ein Wurm oder sowas Weiß es nicht Kann heutzutage alles sein Ja das ist Hol war ja Ja dann musst du zu mir kommen Oha Dann ist aber alles weg oder was Ne 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 Dann versuch doch noch mal Allein hier durchzukämpfen Oh ich brauch jetzt noch zwei Maden im Rücken Ich brauch noch eine übergroße Maraday Ja die grau sie gerade an Ja ich auch grau sie auch eine an I don't know Mahn ey Oha Oha Fertig Äh ich auch Ne ich muss einfach noch zerstören hier Aber erstmal kriegt die Maraday Äh die Larve ein auf den Deckel hier Ich brauch nur eine Giftgötze Ja da hinten Und dann den anderen müssen wir noch machen Ich brauch nur eine Giftgötze Ja da hinten Der ist ein Stück weit unten Ich laufe da äh ich fahre hin zu dem nächsten Punkt wo wir hin müssen Wie läuft denn auch den typischen Mann der uns Gift Spray geben soll Na los Keine Angst Lieg heil dich Und das Gift Spray Gift Spray Ah ne Gift Spray Oh Das ist doch nicht der falsche Schlag ne Was gemütet ist? Fragezeichen Nein alles gut Kann man ein bisschen Äh kann man was? Oha Wir lassen Gehen wir mal rüber Was ist das? Irgendwas Schönes Ist ja irgendwo Der eine Real Mob sein Aber Ich frag mich nicht wo Zu sehen ist er nicht Guck mal die Angel hier Ah Aha Oh da ist er Oha Komm mal her Fisch 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 Fischi 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 Fisch 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 Wo ist der Fisch? Fischi Meinst er dass ich ihn angeln kann? Meinst er dass ich wehren würde? Mhm Mach der nicht so was Wurde er nicht machen ne? No Mach der nicht so was Viel zu viel Angst tu weißt Aber guck Geht's mal aufsteunen erst mal noch meine Berufe erst mal fertig machen hier Das wäre natürlich auch noch mal ne Möglichkeit bei mir Das ist mehr Geld sammeln Gold 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 Er ist ja gleich tot Er hat er nur noch Stehe Kartoffel Haben wir den auch schon getötet? Hochberg Äh Lachs nicht brauchst du mich gerne Du wirst immer gleich alles haben Ja klar warum denn nicht? So gehen wir jetzt mal die Queste ab Und dann ja Dann und ja dann Ne? Und dann dann Ich hänge fest an der Wurzel An der Mais An einem riesen Maiskolben Ich hab genau das richtige für euch So haben wir die Ente fertig Haben wir das fertig Helferspray haben wir fertig Und Belohnung wäre dann Ich nehme den Kürbis Einfach mal so Gut Meine Freunde Denn sei es mal so In der nächsten Folge Werdet ihr dann weitersehen Wie es hier weitergeht Und ich sagte mal Haut rein Ciao Tschüss